Guten Abend, ich bin hier verabredet mit Herrn Weber von Gisander, also die Reservierung, glaube ich, müsste über Gisander gelaufen sein, also lautschriftstechnisch könnte man auch denken, Zander. Herr Weber ist noch nicht da. Ich darf das zu Herrn Tisch führen? Oh mein Gott, das sitzt mein Chef. Ich habe noch einen Tisch. Das ist unumgänglich. Herr Weber sitzt immer da. Nein, aber bitte, 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 mein Chef darf ich... Ich habe noch einen Tisch. Guten Abend. Mann, ey. Ich habe noch einen Tisch, ich habe noch einen Tisch. Ich habe noch einen Tisch, ich habe noch einen Tisch, ich hab noch Ange-Lutern, aber grote update! Untertitelung des ZDF, 2020